Windows Movie Maker war zu Zeiten von Windows 7 und älteren Windows Versionen das mit integrierte Video Bearbeitungsprogramm. Der Windows Movie Maker wurde offiziell am 10. Januar 2017 eingestellt und ist jetzt von dem Windows Video Editor ersetzt worden. Und so sieht der Video Editor aus. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du den Windows 10 Video Editor Schritt für Schritt nutzen kannst. Ich habe auch ein Tutorial darüber gemacht, wo man den Windows Movie Maker kostenlos runterladen kann und wie man ihn nutzen kann, wenn du dieses Video Bearbeitungsprogramm bevorzugst. Dieses Video werde ich in der Beschreibung verlinken. Okay, wenn du auf den Video Editor in Windows 10 zugreifen möchtest, gib in das Suchfeld hier Video Editor ein oder alternativ kannst du in der Fotos App ebenfalls auf den Video Editor zugreifen. Ich werde also Video Editor in das Suchfeld eingeben und du siehst, dass es relativ schnell auftaucht. Dies öffnet den Video Editor, der in Windows 10 integriert ist und der Vorteil Video Editor in das Suchfeld einzugeben und auf die Art und Weise zu öffnen ist, dass die Fotos App dadurch geöffnet wird und wir direkt zur Ansicht der Video Projekte geleitet werden. Okay, das ist also der Hauptbildschirm des Video Editors. Wenn du also auf dieser Seite landest, wirst du all deine Projekte angezeigt bekommen, angefangen vom neuesten zum ältesten. Hier oben rechts in der Ecke kannst du abändern, wie sie dargestellt werden. Das bedeutet, wenn du also ein Projekt im Video Editor begonnen hast und du möchtest das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen, kannst du den Video Editor wieder öffnen und du wirst ein begonnenes Projekt hier vorfinden, wie beispielsweise dieses Hochzeitsvideo, woran ich bereits begonnen habe, zu arbeiten. Dies ist also ein sehr nettes Feature in Windows 10 Video Editor, welches wir im Windows Movie Maker nicht hatten. Was wir nun machen wollen, ist ein neues Video Projekt zu starten. Das kann ich tun, indem ich auf den Link Neues Video klicke und zwar ganz oben hier im Menübereich und das wird mir drei Optionen geben. Ich kann also auswählen, ein neues Video Projekt zu beginnen oder ich kann auch auf automatisches Video gehen und wenn du diese Option auswählst, bedeutet das, dass der Video Editor ein Video aus deinen ausgewählten Clips und Fotos für dich erstellt. Hier kannst du jetzt sehen, dass der Video Editor für mich einen Film kreiert hat, der sogar ziemlich gut aussieht. Der größte Nachteil hierbei ist, dass der Video Editor beliebige Stellen aus deinen Clips und Fotos ausschneiden wird, die du vielleicht nicht aus deinen Videoprojekten herausschneiden wolltest. Wenn du also mehr Kontrolle darüber haben möchtest, was tatsächlich in deinen Projekten ist, dann schlage ich vor, dass du das Bearbeiten manuell übernimmst. Wenn du jedoch etwas möchtest, das schnell und einfach geht, dann kannst du diese Option ausprobieren. Wenn du also ein neues Video Projekt in Video Editor erstellen möchtest, gehen wir zurück zur Projekthauptansicht-Seite und wählen jetzt ein neues Video Projekt aus und benenne dieses Video Projekt. Ich werde ein Hochzeits-Video Projekt erstellen. So werde ich das benennen. Das bringt uns zur Windows 10 Video Bearbeitungs Benutzeroberfläche. Auf der linken Seite ist die Projektbibliothek und hier können wir all unsere Videos und Fotos hinzufügen, die wir bearbeiten wollen. Auf der rechten Seite ist das Vorschaufenster, wo wir unser bearbeitetes Video in der Vorschau sehen können, während wir es zusammentragen. Direkt unterhalb des Vorschaufensters sind die typischen Videocontrols wie Play, Vorspulen und Zurückspulen. Und hier unten ist das Storyboard, was so ähnlich wie der Timeline-Bereich des Movie Makers ist, wo wir unsere Clips und Fotos organisieren und überlatten können, um einen Film zu erstellen. Selbstverständlich wird die Reihenfolge, in der wir unsere Clips und Fotos organisieren, bestimmen, in welcher Reihenfolge das Video abgespielt wird. Und neben dem Wort Storyboard hier auf der rechten Seite haben wir den Menü-Bereich. Hier können wir all die Werkzeuge finden, die wir brauchen, um unsere Clips und Fotos zu bearbeiten. Zum Beispiel haben wir hier das Schneidewerkzeug, Text, Filter und vieles mehr. Um damit zu beginnen, den Video-Editor zu nutzen, besteht der erste Schritt natürlich darin, unsere Fotos und Clips zu unserer Bibliothek zu importieren oder hinzuzufügen. Das können wir tun, indem wir auf den blauen Link klicken, wo es heißt, hinzufügen hier. Wähle dann deine Clips und Fotos aus, entweder von deinem Computer oder aus einer Kollektion. Sagen wir also, du hast eine Kollektion aus Videos und Fotos in der Fotos-App, dann kannst du sie hinein importieren, um ein Video zu kreieren. Und die letzte Option ist, Videos aus dem Web zu importieren. Dies wird Bing öffnen, wo du Bilder von Bing importieren kannst. Ich werde Fotos und Videos von meinem PC importieren. Und ich habe bereits einen Ordner erstellt, der alle meine Hochzeitsbilder und Clips enthält. Um mehrere Clips und Fotos gleichzeitig auszuwählen, halte die Steuerungstaste auf deine Tastatur und wähle die Dateien aus, die du zu deiner Projektbibliothek hinzufügen möchtest. Standardmäßig werden alle deine Clips und Fotos ausgewählt, wenn sie zur Projektbibliothek hinzugefügt werden. Du kannst wählen, sie alle auf einmal im Storyboard zu platzieren, indem du auf Im Storyboard platzieren klickst. Sobald sie im Storyboard sind, kannst du sie manuell organisieren, indem du eins nach dem anderen nacheinander an ihren Platz ziehst. Ich werde das, was ich gerade gemacht habe, wieder rückgängig machen, indem ich auf den rückgängig machen Icon hier oben draufklicke oder ich kann meine Clips und Fotos individuell in mein Storyboard platzieren, was ich auch empfehle, um alles organisiert und überschaubar zu halten. Zudem gibt es zwei Möglichkeiten, wie du deine Dateien in der Projektbibliothek ansehen kannst. Du kannst wählen, deine Thumbnails in mittlerer oder kleiner Größe zu sehen. Wenn du hier einige Dateien hast, empfehle ich klein, so dass du einen besseren Überblick über all deine Ordner hast. Wie du sehen kannst, habe ich Fotodateien und ebenso Videodateien in meiner Bibliothek. Ich werde also zuerst ein Video zu meinem Storyboard hinzufügen. Ich werde auf dieses draufklicken und im Storyboard platzieren auswählen oder ich kann es nach unten ziehen, was etwas schneller geht. Wenn du ein Clip zu deinem Storyboard hinzufügst, kannst du sehen, wie lange der Clip geht und zwar hier. Dieses hier ist nur etwas über 9 Sekunden lang und du kannst außerdem die Lautstärke des Clips ebenso hier anpassen. Lass mich den ersten Clip hier einmal abspielen auf meinem Storyboard und dann können wir damit beginnen zu schneiden. Das erste, was ich machen möchte, ist, einen Teil der Hochzeitsszene aus dem Clip auszuschneiden. Genau diesen Teil hier. Als allererstes muss ich sicher gehen, dass der Clip ausgewählt ist. Die blaue Linie unterhalb des Clips stellt sicher, dass der Clip ausgewählt ist. Dann klicke ich auf Teilen in der Menüleiste und wenn ich das mache, macht er dir ein komplett neues Fenster auf, in dem ich schneiden kann. Das ist mein Zauberstab und ich kann ihn dorthin ziehen, wo ich den ersten Teil meines Clips schneiden möchte. Was ungefähr hier sein wird. Sobald ich auf Fertig klicke, wird es mein Clip in zwei Rahmen aufteilen. Der erste Rahmen ist der Teil, den ich behalten möchte. Der zweite Rahmen ist der Teil, den ich weiter schneiden oder bearbeiten muss. Ich muss also sicher gehen, dass er ausgewählt ist, indem ich auf ihn klicke. Dann gehen wir auf Teilen und dieses Mal werde ich meinen Zauberstab genau zu Beginn der Schuhszene platzieren, genau hier. Dann klicke ich auf Fertig. Und ein weiteres Mal hat der Video-Editor mein Clip in zwei Rahmen aufgeteilt. Der mittlere Rahmen ist die Hochzeitsszene, die ich entfernen möchte. Und die letzte Szene ist die Schuhszene, die ich behalten möchte. Um die Hochzeitsszene zu entfernen, muss ich draufklicken, um sicher zu gehen, dass sie ausgewählt ist und dann auf Entfernen auf meiner Tastatur klicken. Oder ich kann das Mülleimer-Icon auf der Menüleiste auswählen, genau hier. In Ordnung, dann lasst uns mal abspielen, was wir gerade vollbracht haben. So schneidet man also ein Clip im Video-Editor. Du kannst außerdem ein Video-Clip kürzen, indem du auf das Kürzen-Icon in der Menüleiste gehst. Und wenn du den ersten Teil deines Clips nicht möchtest, kannst du es so hereinziehen. Oder wenn du den letzten Teil deines Clips nicht möchtest, kannst du ihn so rüberziehen, dass du die Szene am Ende entfernst. Ich mag den Clip so, wie er ist, daher werde ich es für dieses Beispiel nicht übernehmen. Ich werde also alles abbrechen, was ich gerade gemacht habe. Deine Änderungen werden nicht gespeichert. Das ist okay. Wenn ich Text zu einem Clip oder Foto hinzufügen möchte, muss ich in der Menüleiste Text auswählen. Und dies wird ein neues Fenster mit verschiedenen animierten Schriftarten aufgehen lassen, auf der rechten Seite. Layout-Optionen sind genau darunter. Und außerdem auch Optionen, diesen Text anzupassen, hier oben. Der erste Schritt ist, unseren Text hier reinzuschreiben. Da es ein Hochzeitsvideo ist, werde ich etwas auswählen, was mehr klassisch ist. Wie die Schriftart Classic. Für das Layout werde ich Titel 1 auswählen. Und ich möchte die Länge des Textes dorthin verkürzen, wo mein Cursor ist. Also genau hier, indem ich das hier hinziehe. Ich kann hier außerdem einen anderen Motion-Effekt wählen, einen Filter hinzufügen oder einen 3D-Effekt hinzufügen. Ich bin allerdings damit zufrieden, wie es aussieht. Ich werde also auf Fertig klicken. Okay, du kannst jetzt also sehen, dass der Text hinzugefügt wurde. Was wir außerdem noch mit unserem Video machen können, ist die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verlangsamen, indem wir auf Geschwindigkeit klicken, hier in der Menüleiste. Lasst uns also den zweiten Clip auswählen und diesen in der Abspielgeschwindigkeit verdoppeln. Jetzt gehen wir mal auf Abspielen. Ich werde jetzt weiter Fotos und Clips zu meinem Storyboard hinzufügen. Als nächstes wirst du gemerkt haben, dass es keine Möglichkeit im Video-Editor gibt, zwischen deinen Clips oder Fotos Übergänge hinzuzufügen. Wir haben jedoch die Möglichkeit, Motion-Effekt zu unseren Fotos hinzuzufügen, was ich auch bald machen werde. Ein weiteres Feature, das uns die Menüleiste bietet, ist das Entfernen oder Anzeigen der schwarzen Leisten oder Ränder. Sagen wir also zum Beispiel, dass ich die schwarzen Ränder bei diesem Bild hier entfernen möchte. Dazu wähle ich also dieses Feature aus und es wird in das Bild hineinzoomen, um die schwarzen Ränder zu entfernen, was eine schicke Ergänzung in diesem Video-Editor darstellt. Wenn du eine Titelkarte oder deinem Videoprojekt ein Intro hinzufügen möchtest, können wir dieses Feature in der Menüleiste ebenso auswählen. Sagen wir also, ich möchte es beispielsweise vor meinem ersten Videoclip hinzufügen als Intro für das Video. Dazu muss ich erstmal sicher gehen, dass mein erster Clip ausgewählt ist, indem ich draufklicke. Dann gehen wir auf Titelkarte hinzufügen hier in der Menüleiste. Wenn die Titelkarte zu dem Storyboard hinzugefügt wurde, werden wir Controls sehen, die mit der Titelkarte in Verbindung stehen. Ich kann beispielsweise die Dauer der Titelkarte ändern, ich kann Text hinzufügen oder die Hintergrundfarbe ändern. Das erste, was ich machen möchte, ist Text zu meiner Titelkarte hinzuzufügen. Ich klicke also auf den Link Text und es ist im Grunde der gleiche Prozess wie zuvor, als wir schon Text zu unserem Video hinzugefügt haben. Ich füge meinen Text hier oben also ein. Und ich denke, Simple wird für das Intro gut passen und für das Layout ist Titel 1 geeignet. Jetzt werde ich die Hintergrundfarbe ändern, indem ich auf den Link Hintergrundfarbe hier oben klicke und ich werde eine eigens gewählte Farbe auswählen, indem ich auf das Plus-Icon klicke unter der Überschrift Maßgeschneiderte Farbe. Ich denke, ein helles Pink wird hier gut passen. Ich kann diese Farbe auswählen, indem ich den Kreis zu meiner Wunschfarbe hinziehe. Was die Dauer angeht, werden zwei Sekunden besser sein hier. Ich werde jetzt auf Fertig klicken, da ich fertig bin. Okay, schauen wir uns das mal an. Ein sehr wichtiges Element eines jeden Videos ist natürlich die Musik. Um also deinem Videoprojekt Musik hinzuzufügen, gibt es zwei Optionen. Die erste Option ist, empfohlene Musik hinzuzufügen, die kostenfrei im Video-Editor verfügbar ist. Wenn du also auf diese Option klickst, können wir zwischen einer Auswahl verschiedener Musikstücke auswählen, die am besten zu unserem Projekt passen. Wenn du vorher zuerst dein Musikstück anhören möchtest, klick hier einfach drauf. Du hast auch die Möglichkeit, dein Video mit dem Rhythmus der Musik zu synchronisieren, wenn du diese Box hier aktivierst. Ich werde das jetzt allerdings erstmal deaktiviert lassen. Wenn du also einen der aufgeführten Lieder auswählen möchtest, stelle sicher, dass es ausgewählt ist und dann klick auf Fertig. Okay, wir gehen mal auf Abspielen. Und wenn du eigenes Video hinzufügen oder Narration zu deinem Videoprojekt hinzufügen möchtest, klick auf den Link hier, wo es heißt Benutzer definiertes Audio, hier oben. Und dann klick auf den Link Audio-Datei hinzufügen und dann kannst du Musik oder Narration von deinem Computer auswählen, um es deinem Projekt hinzuzufügen. Wenn du außerdem Video entfernen möchtest, kannst du auf das X hier klicken und du kannst die Lautstärke abändern, indem du hier drauf klickst. Was ich außerdem machen möchte, ist meine Bilder in meinem Projekt zu bearbeiten. Ich werde also die schwarzen Ränder für jedes Bild in meinem Projekt entfernen. Dann werde ich Motion zu allen meinen Bildern hinzufügen, indem ich jedes Bild einzeln auswähle und dann einen Motion-Effekt für dieses Bild auswähle, indem ich auf Motion klicke. Okay, spielen wir das wieder ab. Das sieht ziemlich gut aus. Und die letzte Sache ist natürlich, unser Projekt zu exportieren. Dazu klicken wir auf Video fertigstellen, hier oben in der Ecke oben rechts. Wähle dann die Videoqualität aus. Ich empfehle HD-Videoqualität, was 1920x1080 Pixel sind. Das ist eine große Videodatei. Wenn du also etwas möchtest, das etwas kleiner in der Größe wird, dann ist 720 auch eine Option, was immer noch Video mit einer guten Qualität ist oder die niedrigste Qualität, was 540 Pixel sind. Für dieses Beispiel werde ich HD auswählen und dann gehe ich auf Exportieren. Ich werde es in meinen Videos abspeichern. Okay, dann lass mal abspielen, was wir erstellt haben. In Ordnung, ich hoffe, du fandest dieses Video-Tutorial nützlich. Wenn das der Fall war, dann vergiss nicht, ein Like da zu lassen. Abonniere diesen Kanal gerne, falls das noch nicht geschehen ist. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du zudem Anregungen oder Wünsche zu neuen Videos hast, lass mir dazu gerne einen Kommentar da. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.